In diesem Video möchte ich zeigen, wie Sie vorgehen, wenn Ihr Videoschnittrechner über keine Internetverbindung verfügt. In dem Fall müssen Sie die Lizenz offline erstmal übertragen, zum Beispiel auf einen USB-Stick, und dann an einem Rechner mit Internetverbindung registrieren. Wie das funktioniert, zeige ich hier. Ich habe jetzt also EDIUS Workgroup, in meinem Fall hier EDIUS 8 Workgroup, bereits installiert. Und direkt nach der Installation gehe ich hier in der Windows-Task-Leiste, auf dieses Symbol für ausgeblendete Symbole einblenden. Und dort finden wir jetzt unter anderem auch diesen Grass Valley License Manager. Das ist dieses Symbol hier. Sieht so aus. Diesen License Manager rufe ich jetzt mal über rechte Maustaste auf. Und da kann ich, wenn ich möchte, gleich direkt auf den Eintrag Offline-Aktivierung gehen und hier dann auf den Eintrag ID-Datei erstellen. Das wähle ich mir an mit linker Maustaste. Dann werde ich aufgefordert, meine Seriennummer einzugeben. Nachdem ich die Seriennummer eingetragen habe, bestätige ich das mit OK. Nun werden Sie aufgefordert, einen Speicherpfad für diese Registrierungsdatei anzugeben. Ich wähle jetzt mal bei mir hier direkt den Windows Desktop, hier ganz oben dieser Eintrag. Bestätige mit OK. Und jetzt sehen wir hier sofort, dass hier so ein Ordner Activation angelegt wurde. Diesen kopieren Sie einfach auf einen USB-Stick. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich nutze jetzt mal die Windows-Taste mit der Taste E. Damit rufe ich das Explorer-Fenster auf von Windows. Und hier sehen wir jetzt schon einen USB-Stick, den ich hier angeschlossen habe. Der hat hier den Namen Transcend. Laufwerk E. Und da ziehe ich diesen ganzen Ordner einfach per Drag & Drop auf diesen angeschlossenen USB-Stick. Achten Sie darauf, dass die Übertragung auf jeden Fall komplett abgeschlossen ist. Und dann wechseln Sie mit diesem USB-Stick an einen Rechner, der über eine Internetverbindung verfügt. Ich befinde mich jetzt an einem Rechner mit Internetverbindung. Dort rufe ich mir wieder den Windows Explorer auf. Meinen USB-Stick habe ich bereits angeschlossen. Der ist hier als Laufwerk K verfügbar. Und da finde ich jetzt auch den Activation-Ordner, den ich vorhin auf meinem Videoschnittrechner, wo EDIUS installiert ist, eben erstellt habe. Den kopiere ich mir jetzt einfach mal hier auf meinen Desktop. Das kann ich vorübergehend so machen. Öffne dann mal hier den Inhalt. Und hier finde ich eine Startdatei, gv-activation-exe. Die wähle ich durch Doppelklick an. Jetzt werde ich gefragt, ob die Lizenz aktiviert werden soll. Das bestätige ich mit Ja. Hier in meinem Fall bekomme ich jetzt durch mein Virenschutzprogramm die Meldung, ob ich diesem Programm die Kommunikation mit dem Internet erlauben soll. Das kann natürlich je nach Virenschutzprogramm ein bisschen anders aussehen. Sollten Sie bei sich so eine Meldung bekommen, müssen Sie dem Programm natürlich diese Kommunikation erlauben, damit online eben diese Lizenz erstellt werden kann. Was Sie durchaus machen können, bei solchen Meldungen gibt es oft die Möglichkeit, diese Entscheidung zu speichern, sodass das Programm immer ungefragt mit dem Internet kommunizieren kann. Grundsätzlich ist bei solchen einmaligen Geschichten empfehlenswert, diese Entscheidung nicht abzuspeichern, sondern wenn das Programm ins Internet will, werde ich gefragt und kann dann eben zulassen, Ja, bitte, du darfst dich mit dem Internet verbinden. Anschließend wurde die Lizenz aktiviert und man sieht jetzt auch, dass in diesem Ordner eine neue Datei abgelegt wurde. Dieser Response Key, den brauchen wir dann eben auf unserem EDIUS-Rechner und den kopiere ich jetzt einfach mal per Drag & Drop zurück auf meinen USB-Stick, einfach ins Hauptverzeichnis und wechsel dann wieder zurück zu meinem EDIUS-PC, der keine Internetverbindung hat. Nun befinde ich mich wieder an meinem Offline-EDIUS-Rechner, der USB-Stick ist angeschlossen und jetzt gehe ich hier wieder auf diese Schaltfläche für ausgeblendete Symbole, gehe jetzt hier wieder auf meinen Grass Valley License Manager mit der rechten Maustaste, auf den Eintrag Offline-Aktivierung und hier jetzt auf den Eintrag Aktivierungsdatei registrieren. Ich wähle das mit der linken Maustaste an, navigiere jetzt zu meinem USB-Stick da finde ich die entsprechende Response-Datei, bestätige das mit Öffnen und bekomme dann, wenn alles erfolgreich abgelaufen ist, hier die Meldung, die Lizenzdatei wurde registriert. Anschließend kann ich dann EDIUS 8 Workgroup ganz normal benutzen. Abschließend möchte ich nochmal kurz auf die Offline-Deaktivierung eingehen. Das ist eine durchaus sehr wichtige Sache, wenn Sie jetzt EDIUS auf einem bestimmten Rechner nicht mehr benötigen oder Sie möchten Windows neu installieren oder irgendwas machen, was den Rechner stark verändert, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, EDIUS vorher zu deaktivieren und anschließend wieder neu zu aktivieren. Nicht, dass da bei der Lizenz irgendwelche Probleme auftreten. Oder eben wie schon gesagt, wenn Sie EDIUS auf einen anderen Rechner übertragen möchten, dann sollten Sie eben auf dem zuerst installierten Rechner die Lizenz vorher deaktivieren. Wie das Offline funktioniert, zeige ich jetzt mal. Wir brauchen dazu wieder den Grass Valley License Manager. Rechte Maustaste und jetzt gehe ich aber direkt auf den Eintrag Lizenzübersicht. Da sehe ich dann auch, dass jetzt hier eine EDIUS 8 Workgroup Lizenz installiert ist. Und über rechte Maustaste finde ich jetzt hier auch den Eintrag Offline-Deaktivierung. Da wähle ich jetzt auch wieder den Desktop. Und bekomme jetzt hier wieder so einen Deactivation Folder. Und im Prinzip muss ich jetzt damit genauso vorgehen, wie wir es vorhin mit der Aktivierung gemacht haben. Das heißt, ich muss mit diesem Folder, den kopiere ich zum Beispiel auf einen USB-Stick oder auf eine externe Festplatte, mit der gehe ich dann zu einem PC mit Internetverbindung, führe dann hier diese Deaktivierung durch. Und das werde ich jetzt mal hier im Hintergrund, ohne es aufzuzeichnen, machen. Ich habe jetzt mittlerweile die Deaktivierung an einem PC mit Internetzugang durchgeführt. Da wurde mir dann auch wieder hier so ein Response-Key erstellt. Und den muss ich jetzt natürlich auch wieder im Grass Valley License Manager anwenden. Gehe dann hier wieder auf den Eintrag. Offline-Deaktivierung, Aktivierungsdatei registrieren. Jetzt achten Sie bitte darauf, dass Sie jetzt hier nicht den Response-Key aus der Registrierung verwenden, sondern wirklich den richtigen aus der Deaktivierung. Den habe ich jetzt hier bei mir auf dem Desktop abgelegt. Also hier Desktop auswählen, hier die Response-Key-Datei auswählen, öffnen. Und wenn dann alles funktioniert, wird die Lizenz entsprechend hier wieder deaktiviert.